Hallo und herzlich willkommen zum niegelnagelneuesten Special hier beim Tele-Stammtisch. Leute, ihr wisst es, bei unseren Interview-Specials, die wir in letzter Zeit geführt haben, da ist immer häufig dieser Comic-Schwerpunkt dabei gewesen. Wir hatten Comic-Tuber am Start, wir hatten Comic-Caster am Start, also da war querbeet viel dabei, wir hatten Künstler, wir hatten diverse Vertreter von Verlagen. Also hier geht es dann doch irgendwie recht häufig um Comics. Und heute, da habe ich jemanden am Start, der ist ein ganz besonderer Mensch. Wenn man möchte, die Comic-Szene an sich vielleicht so ein bisschen als Netzwerk begreifen möchte, könnte man sagen, er ist so eine Art Knotenpunkt dieses Netzwerkes, denn er ist so ziemlich überall dabei. Er ist zum einen Übersetzer bei Panini Comics, einem der größten deutschen Verlage. Er ist auf so ziemlich jeder interessanten Comic-Diskussion auf Facebook und Twitter dabei. Und er hat nicht zu guter Letzt natürlich eben auch seinen eigenen Online-Shop mit Quimbi, einem Shop für vor allem deutsche Indie-Comics. Hallo und herzlich willkommen. Moin Jörg. Hallo, moin moin und hallo, lieber Andi. Hi. Es ist mir eine Freude, dass es heute geklappt hat. Wir haben ja terminlich jetzt schon den einen oder anderen Ansatz probiert und haben jetzt auch mal geguckt hier, wir nehmen heute erstmalig mit Zencaster auf. Da bin ich ja auch gespannt, wie das dann im Ergebnis klingt und ob das hier alles sauber läuft. Ja, also ich habe jetzt schon ein bisschen was angedeutet, wer du eigentlich bist, was du eigentlich so machst. Wie siehst du dich denn selber? Was würdest du, wenn du dich so in der Comic-Szene positionieren müsstest, was machst du da eigentlich? Ja, sehr gute erste Frage, über die ich mir vorher natürlich überhaupt keine Gedanken gemacht habe, dass die kommen könnte. Deswegen, so spontane Fragen sind ja immer gut. Doch, ein bisschen Gedanken habe ich mir schon gemacht. Gerade in letzter Zeit habe ich mir tatsächlich überlegt, wo bin ich denn eigentlich positioniert und bin ich denn so zufrieden mit der Position, in der ich bin und was könnte ich vielleicht anders oder besser machen oder beides anders und besser. Also ich sehe mich tatsächlich so ein bisschen, wie du mich angekündigt hast. Ich hoffe, dass ich so ein Knotenpunkt bin für viele Leute, so ein Ansprechpartner im Indie-Bereich und versuche das gerade auszubauen, unter anderem damit, ich nehme an, das wäre da sowieso gleich noch zu kommen, unter anderem damit, dass ich dem Verlag Edition Krimi mehr Aufmerksamkeit gebe und gerade dabei bin, auch neue Comics zu produzieren. Ja, und ich möchte da auch gerne, wenn es weiter so läuft, eine immer größere Plattform bieten. Gott, war das jetzt ein vollständiger Satz? Ich weiß es nicht. Das war völlig korrekt, besser als manch anderer Satz, der ja in diesem Podcast schon geäußert wurde. Also mega gut, wir kommen natürlich auf jeden Fall, das ist ja unser großes Thema heute, auf Quimbi, die Edition Quimbi zu sprechen, was das überhaupt ist und was das bedeutet, darauf kommen wir natürlich. Aber vielleicht nochmal kurz zu dir auch als Person, vielleicht können wir so ein bisschen in groben Zügen mal deine Biografie abklappern, denn du machst ja nun wirklich viele Sachen, hast jetzt nicht nur die Edition Quimbi, sondern bist ja auch eben Übersetzer für Panini-Comics. Ja, wie kam es eigentlich dazu? Gibt es da vielleicht irgendwie so ein Studium, eine Ausbildung oder wie bist du da so auch eingerutscht in diese Comic-Welt? Also es kam so dazu, dass ich habe während meines Studiums was komplett anderes ist. Ich weiß nicht, ob du darauf kommst. Du kannst ja selber mal raten, was würdest du vermuten, was ich studiert habe. Mal raten, was du studiert hast. War es mit Sprachen? Nein, völlig falsch. Macht nichts. Okay, Luft- und Raumfahrttechnik. Raumfahrttechnik war auch super. Nee, ich habe Sozialarbeit studiert. Okay. Bin deprimierter Sozialarbeiter, bin aber während des Studiums darauf gekommen, dass das wahrscheinlich doch nicht so das Richtige ist für mich aus verschiedenen Gründen, auch wenn ich das Studium abgeschlossen habe. Habe aber auch während des Studiums schon in einem Comic-Laden gearbeitet hier in Köln und habe da meine Liebe zu den Comics wiederentdeckt tatsächlich. Darf ich, soll ich den Namen sagen? Darf ich den sagen? Oder wäre das schlecht? Klar, war das falsch. Also es gibt ja noch, es gibt ja auch außer dem Pin-Up-Comic-Laden, in dem ich lange und gerne gearbeitet habe, gibt es noch auf der Bonner Straße einen anderen Comic-Laden und noch, glaube ich, einen anderen Comic-Laden in Köln. Dessen habe ich gerade nicht kommen. Das ist schlecht. Nein, also da habe ich lange Jahre gearbeitet, während des Studiums schon und auch nach dem Studium habe ich noch im Comic-Laden gearbeitet und habe da meine Liebe zu Comics eigentlich wiederentdeckt. Habe da lange Zeit so die amerikanischen Abos betreut und habe da auch sehr viel Berührung schon mit Indie-Comics, also mit amerikanischen Indie-Comics gehabt, natürlich. Ja, das war so ein bisschen der Ursprung, also wie ich wieder zu Comics gefunden habe. Das heißt, es gab schon eine private Vergangenheit, in der du auch mal einen Comic genannt hast? Ja, natürlich. Also ich habe als Kind sehr viel Comics gelesen, tatsächlich schon ziemlich früh. Meine Eltern haben auch anfangs immer gesagt, liest doch mal was Richtiges, was Ordentliches. Natürlich habe ich auch Bücher gelesen, aber tatsächlich war da immer eine große Liebe zu Comics. Das war anfangs so zu Klassikern, franco-belgischen Sachen, die dann zum Beispiel teilweise in Zack-Comics nachgedruckt wurden, aber auch das üblich, was so immer genannt wird, Lucky Luke, Asterix, war aber tatsächlich so. Mochte ich beides, dann auch Tim und Struppi und dann andere Klassiker wie Spirou und Phantasio und sowas. Ich habe erst sehr viel später dann zu anderen, ja, zum Beispiel Science-Fiction-Comics gefunden und anderen Independent-Comics und so. Das kann man tatsächlich erst, naja, in den 90ern oder so, dass ich da amerikanische Indie-Comics entdeckt habe. Und mit deutschen Comics hatte ich da tatsächlich noch nicht so viele am Mut. Außer mit Werner. Na gut. Das ist mir auch heute nicht peinlich. Ich mochte die damals sehr gerne und mag die alten eigentlich immer noch, weil die Gags sind natürlich teilweise, ja, da kann man sich drüber streiten, ob die Gags noch gut sind, aber welche Gags aus den 80ern oder 90er Jahren sind heute noch gut, kann man sich sagen. Ja, also Political Correctness ist vielleicht auch in dem Fall nicht unbedingt so vorhanden gewesen. Okay, du hast also dann immer schon so auch im privaten Touch eben also einen Draht zu Comics gehabt und da offensichtlich das eine oder andere auch schon gelesen und dann studienbegleitend auch in diesem Comic-Shop gearbeitet. Genau, richtig, ja. Das habe ich richtig verstanden. Wie ging es dann davon weiter? Also wenn wir uns vielleicht mal den Weg bis zu meinetwegen der regelmäßigen Tätigkeit für Panini-Comics dann anschauen, wie kam es dazu? Ja, ich habe dann eine Pause mit Comics eingelegt. Also 2004 etwa habe ich im Pin-Up aufgehört, weil der Laden sich etwas verkleinern musste wieder. Da mussten einfach zwei Leute aufhören. Da war ich einer von denen. Und dann habe ich erst mal was komplett anderes gemacht. Also ich hatte ja nur mein Studium abgeschlossen, wollte aber nicht als Sozialarbeiter. arbeiten, habe dann ein paar andere Sachen ausprobiert, die mir aber alle nicht so zugesagt haben, die mich nicht so weitergebracht haben. Und irgendwann war dann der Zeit gekommen, dass ich mir überlegt habe, okay, jetzt ist mal gut, jetzt überlegst du dir mal genau, was möchtest du denn eigentlich noch machen in deinem Leben? Das klingt jetzt so, als ob mein Leben zu dem Punkt irgendwie schon so weit fortgeschritten wäre. Aber das kann man ja auch ruhig sagen, ich bin jetzt, soll ich das sagen, wie alt ich bin, ich bin durch, sag das jetzt mal. Ich bin knapp über 50. Ich bin knapp über 50 schon und ich habe mir halt so mit 41, 42 überlegt, ja, okay, jetzt hast du so einige Sachen ausprobiert, was willst du denn jetzt tatsächlich noch mal machen? Worauf hättest du wirklich Bock? Und da war, Comics zu machen in irgendeiner Form, war eine Sache davon. Und dann habe ich erst mal nebenher angefangen, für zum Beispiel Sarah Burini, das Leben ist kein Ponyhof, zu übersetzen irgendwann, also vom Deutschen ins Englische, ihren Webcomic, und habe mir das dann auch etwa zur gleichen Zeit überlegt, dass ich ganz gerne Comics vertreiben würde und vielleicht da auch selber was produzieren. Und da kam mir natürlich sehr recht, dass wir auch mehrere Comiczeichner kannten zu dem Zeitpunkt und die gesagt haben, ach ja, ich habe auch so ein eigenes Heftchen produziert. Und da habe ich anfangs gesagt, da hatte ich auch noch eine feste Stelle irgendwo anders. Das habe ich dann mit Einverständnis getan. Da habe ich die Sachen anfangs über Davanda zum Beispiel, diese Plattform, es gibt ja noch ein paar andere Plattformen, aber Davanda ist eben eine der Plattformen, auf die man so selbst gemachte Sachen vertreiben kann, wenn ich das noch so im Kopf habe und definiere. Ja, und dann habe ich eben auch selbst produzierte Comics der Leute da vertrieben. Das waren anfangs nur drei, vier Leute. Und irgendwann habe ich dann die Idee gehabt, also ich komme gleich gerne nochmal zu Bonini zurück und zu den Übersetzungen. Genau, zu dem Zeitpunkt habe ich mir halt überlegt, ja Mensch, wir kennen aber so viele Zeichner und nur das über Davanda zu machen, ist natürlich sehr unattraktiv und das ist irgendwie keine, ja, man kann das ein bisschen selber gestalten, aber ich wollte schon eigentlich was Eigenes haben. und so war eigentlich die Idee zu Quimby schon geboren, bevor das Kind einen Namen hatte, weil ich gesagt habe, wenn das zwei oder drei Zeichner gebrauchen können, so ein Service, warum sollen das nicht vielleicht auch andere gebrauchen können? Ich habe mich hingesetzt und überlegt, ja, wie viele Zeichner ich so kenne und die angeschrieben, erst mal sechs, sieben, acht, ob das für die interessant wäre, zum Beispiel das anzubieten, ihren selbstproduzierten Comic zu vertreiben und das war für die interessant und das war eigentlich so der Anfang von Quimby. Nennen wir ein paar Namen, wer war denn da zu Beginn mit dabei? Wen hast du zu Beginn vertrieben, wo bestanden schon Kontakte? Also Sarah, weil wir uns auch schon lange kannten, da bot sich das an, um so ein paar Sachen auszuprobieren mit selbstproduzierten Buttons und dann haben wir ein paar Drucke gemacht und dann gab es ja den ersten Ponyhof-Comic bei Zwerchfell, den war ja vor Panini-Comics bei Zwerchfell verlegt mit das Lebenskern-Ponyhof und die Bücher konnte ich dann auch über Dabban anbieten. Dann hatte ich den David Malambre, der den Demolition Squad Webcomic macht. Dann war der Mario Bühling als einer der ersten dabei, der Katzenfutter-Geletspritzer.de macht, schon sehr, sehr lange, schon um einiges länger, als Sarah ihren Ponyhof macht. Ich glaube, zwei Jahre länger noch. Also so, huch, ja, der hat zehnjähriges Julium eigentlich, haben wir gar nicht richtig gefeiert. Also die drei, dann habe ich den David Fileki angeschrieben, weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, der hat mich auf Facebook sogar befreundet. Ja, also deutscher Manga-Zeichner für die Leute, die den David nicht kennen, der auch einen eigenen Verlag hat, Delfinium Prints, mit dem Roy Seifer zusammen und da auch viele seiner Sachen veröffentlicht, wenn er nicht gerade bei zum Beispiel Tokio Pop veröffentlicht. Den Tobi Damen habe ich dann gefragt, der den Fahrradmod lange Jahre nur übers Internet erzählt hat. Wer war denn da noch? So, ich, um Gott's Willen. Es sind ja schon viele Namen, die du da jetzt nennen kannst, auch viele, die man auch eigentlich kennt, wenn man sich so ein bisschen in diesen Kreisen bewegt. Also, sag ich mal, jetzt keine Unbekannten. Offensichtlich bestand da auch ein gewisser Bedarf. Also überhaupt erst mal mit, du bist im Endeffekt ja so eine Art Distribution, also eine Art Logistik, die da auch überhaupt mit angeboten wird. Da bestand offensichtlich ein Bedarf. Es hat offensichtlich nicht gereicht, im Internet präsent zu sein und seine Comics quer durch die Republik zu schicken. Ja, ich würde da jetzt gleich noch anschließen. Ich muss mal gerade überlegen. Der David Boller war natürlich zum Beispiel noch dabei, der Virtual Comics gemacht hat früher. Das heißt Virtual Graphics und Zampano Comics. Einer der ersten, der sehr viele Webcomics gleichzeitig gemacht hat, wenn ich das so in Erinnerung habe. Unter anderem Der ewige Himmel, ein sehr langlaufender Comic. Also, der war einer, der ersten, außer denen, die ich jetzt aufgezählt habe, der auch noch mit dabei war. Ja, und dann kam das so ins Rollen und ich habe, mir sind dann immer mehr Leute eingefallen und dann kamen auch langsam Leute, die gesagt haben, hey, ich habe gesehen, du hast da so eine kleine Plattform. Ich habe auch einen eigenen Comic. Hättest du nicht Lust, das mit ins Programm aufzunehmen oder mit zu vertreiben? Ja, das habe ich dann gemacht und habe das dann eigentlich immer weiter ausformuliert, wie ich die Comics auch unters Volk bringen kann und das ein bisschen bekannter machen kann. Und, oh Gott, ganz wichtig, Beetlebum hätte ich natürlich, siehst du, die allerersten, wichtigsten Leute, da vergisst man dann doch fast jemanden. Der Beetlebum, natürlich, der war auch fast von Anfang an mit dabei. Also wirklich sehr, sehr viel, da auch unterschiedlichste Sachen. Also, wie gesagt, Quimby ist gleich unser großes Thema und auch du bist Quimby, Quimby ist du, da müssen wir auf jeden Fall darauf zu sprechen kommen. Aber, was mich ja schon immer so ein bisschen, es ist ja das eine, sich gelegentlich mal einen Comic zu kaufen oder auch mal häufiger einen Comic zu kaufen und dann vielleicht eine Sammlung aufzumachen. Es ist vielleicht ein weiterer Schritt, selbst Comics zu produzieren oder dann in irgendeiner Art und Weise redaktionell tätig zu werden, was Comics betrifft. Aber sich dann so zu integrieren in diese Szene und dann wirklich auch, wie wir jetzt schon festgestellt haben, zu einem Knotenpunkt dann eben auch zu werden, das ist nochmal eine ganz andere Passion, die man dann irgendwie auch an den Start legen muss. Wie bist du denn da heringerutscht? Was war der Sog? Was hat dich denn dafür jetzt so auf der persönlichen Ebene so gecatcht, dass du da Bock drauf hattest? Das kann ich dir sehr schnell beantworten. Einmal gab es natürlich die Idee, ja, ich könnte das für so ein paar Leute machen und vielleicht auch ein bisschen was produzieren für die, weil ich gemerkt habe, ich habe da auch Spaß dran, irgendwie so kleines Merchandise zu produzieren. Das kann mal Button sein oder auch ein Druck oder auch Poster haben wir auch mal gemacht. Plüschfiguren habe ich sogar auch gemacht mittlerweile. Aber immer mehr Fahrt aufgenommen hat das, als ich eben gemerkt habe, ja, ich brauche auch den Kontakt zu den Leuten auf Messe und so. Also ich sitze auch gerne auf Messen und nehme da eben teilweise Zeichner mit oder treffe eben auch Zeichner da und knüpfe dann da wieder neue Kontakte oder so. Also hier immer nur im Kämmerchen zu sitzen, im Büro irgendwie neue Comics einzupflegen oder sowas, das ist nicht nur langweilig, sondern man verblödet auch dabei, würde ich sagen, nach einer Weile. Also der Kontakt muss schon auch nach außen da sein. Auf jeden Fall. Und das hat mich dann beflügelt, dann auf Messen zu sitzen, dann immer neue Leute kennenzulernen, auch den Kontakt andauernd zu den Zeichnern zu haben. Zum Beispiel, ja, Schlogger habe ich dann auf einer Messe kennengelernt. Und ja, die Naomi Fern, die auch bei Zwerchfell erschienen ist, dann die Fuchskind habe ich irgendwann kennengelernt, zu der habe ich Kontakt gehabt. Dann noch andere Leute von Delfinium-Prinz wie den Huggy. Also ich muss jetzt nicht alle Namen aufzählen, die Künstler kann man bei mir im Shop ja auch selber nachgucken. Aber so ist das gekommen, dass das immer mehr ins Rollen kam und mich auch beflügelt hat, damit weiterzumachen, weil ich gemerkt habe, oh, da scheint tatsächlich ein Bedarf zu sein. Also die Leute wollen nicht nur ihre Comics verkaufen. Die Leute sind auch, glaube ich, dankbar dafür, dass da ein Ansprechpartner ist, der auch mal beispielsweise so Kleinkram aufnimmt und nicht nur die Comics, die bei einem großen Verlag erschienen sind oder so. Und das war dann wiederum mein Ansporn, dann auch selber da ein paar Sachen zu produzieren, weil die meisten Zeichner sagen, da habe ich entweder keine Zeit dafür, weil sie selber eben auch einen Job haben und ihre Comics nur in Anführungszeichen abends machen. Ich hätte gar keine Zeit dafür, was zu produzieren oder so. Oder ich will mich auch nicht damit auseinandersetzen, was zu produzieren. Ich möchte nur Comics machen, ich möchte kein Merchandise machen. Und da habe ich mich dann angeboten und gesagt, ja, aber ich habe Lust, sowas zu produzieren und könnte dir da auch was zurückgeben, dir als Zeichner oder Zeichnerin. Also wir merken schon, das war offensichtlich eine Marktlücke, die zwingend gefüllt werden musste und der auch deswegen auch zu Recht den großen Bekanntheitsgrad eben auch bis heute hat. Aber um eine Frage kommst du trotzdem nicht drumherum. Nämlich, wie ist denn jetzt zu deiner Übersetzungstätigkeit gekommen? Ja, genau. Da bin ich eben von weggekommen, habe ich gemerkt. Ja, zu der Übersetzungstätigkeit bin ich so dazu gekommen, dass ich, wie ich eben schon meinte, für die Sarah beispielsweise den Ponyhof ins Englische übersetzt habe. Ich habe aber selber auch immer schon Englisch gelesen, schon so seit ich 15, 16 war, habe ich Bücher auf Englisch gelesen und hatte immer schon Lust darauf, auch Lust an der Sprache und habe dann natürlich auch Comics auf Englisch gelesen, logischerweise, als ich dann selber im Comic-Laden gearbeitet habe und so und habe dann die Idee gehabt, ja, wenn ich schon Webcomics übersetze, wie schwer kann das wohl sein, Comics übersetzen? Das ist natürlich eine unverschämte Ahnung von mir, dass das so einfach wäre und es ist auch nicht so einfach. Aber ich habe in einige Comics reingeguckt und habe gesagt, ich glaube, das kannst du auch, das kriegst du auch hin und habe mich dann einfach frech beworben bei Panini und dann kannte ich halt jemanden, der mir an irgendeinem Zeitpunkt gesagt hat, du probierst doch mal, die suchen gerade für eine Serie, irgendwie für eine X-Men-Serie, einen, der das jetzt aktuell übersetzt. Sonst sind die immer sehr ausgelastet, aber gerade wird jemand gesucht und da muss ich mich beworben und ich glaube, meine erste Übersetzung kann nicht so toll gewesen sein. Okay. Nein, wenn ich da jetzt darauf zurückblicke, das war so 2013 und ich sehe ja selber, was ich jetzt für Übersetzungen mache, natürlich wächst man da erst rein und es wird auch immer besser mit der Zeit. Also so bin ich jedenfalls dazu gekommen, dass ich es überhaupt probiert habe, war da einfach so frech zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus, was soll passieren, außer dass sie sagen, das ist so schlecht, das will ich nicht nehmen. So war es dann auch nicht. Zack, Initiativbewerbung, das ist manchmal genau das, was man machen muss. Ja, genau. Und seitdem bist du ja auch Teil des quasi Stabes, wenn man so will, vom Team, ne? Ja, es hat schon eine Weile gedauert. Ich habe am Anfang so ein paar Sachen für Marvel übersetzt, also für die andere Redaktion. Ich mache ja jetzt fast ausschließlich DC-Titel momentan für Panini. Das hat sich aber einfach so ergeben, das war, glaube ich, Zufall. Also Marvel-Titel waren dann einige zu dem Zeitpunkt einfach vergeben und ich habe da nur sporadisch was gemacht, aber dann habe ich es mal bei DC probiert, bei der Redaktion, die die DC-Sachen unter sich hat und es ist dann ein Titel zum anderen gekommen. Und da habe ich großen Spaß sowieso dran gehabt und gesagt, hey, wenn ich das mit Quimby kombinieren kann, sodass ich den Shop führen kann und eben gleichzeitig übersetzen, dann ist das eine wunderbare Sache und dann führte das auch wieder zurück zu der Frage, die ich mir gestellt habe, ja, was willst du denn machen jetzt mit 41 oder 42, wenn du jetzt nochmal was komplett anders machen wolltest und das war dann genau das. Also da hatte ich Bock drauf und da hat sich das wunderbar zusammengeführt. Wer mehr Details wissen will, wie so Übersetzungsarbeiten beim Verlag laufen kann, dem empfehle ich unser Interview mit der Kollegin Caroline Hidalgo, die wir auch schon im Interview hatten, da haben wir auch schon ein bisschen ausgequetscht und man muss ja generell mal sagen, dass auch deine Kollegen, also speziell der Marc Schmitz oder eben auch der Ralf Krumm, die sind im Forum von Panini auch sehr aktiv, beantworten auch viele Fragen, haben auch speziell zu Übersetzungen und ihren Arbeiten einfach für den Verlag, sind die eigentlich immer sehr gesprächig und teilen sich auch gern mit. Welche Serien betreust du aktuell? Oh, ich, was betreue ich denn aktuell? Ich muss mal sagen, also die Haupt, die größte Serie, die ich betreue, ist Harley Quinn, würde ich sagen. Die habe ich von Anfang an machen dürfen. Das sind dann auch so Nebenserien, also erscheint jetzt Joker Loves Harley, das ist dann so ein Ableger zum Beispiel oder die Harley Gang oder so, also all diese Ableger betreue ich dann mit. Dann mache ich Flash derzeit, das habe ich damals übernommen von Steve Krupps, der leider zwischenzeitlich gestorben ist, vor etwa zwei Jahren. Dann mache ich die Injustice Comics, also die zum Videospiel, die Ableger. Bad Woman mache ich jetzt ganz neu. Deathstroke. Was noch? Du hast mir geschrieben, dass du die Green Arrow Serie auch machst. Die Green Arrow, natürlich. Siehst du, derzeit mache ich wirklich so viel, dass... Da bleibt nicht mehr viel Zeit fürs Podcasten. Wie du leider feststellen musstest. Ja, also Green Arrow war tatsächlich großen, großen Spaß gemacht. Da habe ich jetzt vor drei Monaten den Megaband übersetzt, der jetzt bald kommt. Ah, tolle Serie gerade. Und ich war früher überhaupt kein Green Arrow Fan, aber... Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Ihr merkt schon, der Jörg ist da irgendwie so ziemlich überall dabei und da habt ihr auch so eine Vorstellung, wer die, sagen wir mal, Personen hinter diesen Übersetzungen sind. Also da schaut auf jeden Fall mal rein. Habt ihr wahrscheinlich eh schon gemacht und alles im Abo. Das ist mir ja eigentlich völlig klar. Ja, aber heute sollst du eben natürlich vor allem auch um deinen Quimbi Webcomic Shop gehen. Eine Plattform, die mir vor einigen Jahren schon mal gelegentlich aufgefallen ist. Nicht zuletzt, weil sie eben auch gefühlt von so ziemlich jedem im Netz mal verlinkt worden ist. Gefühlt hat auch so ziemlich jeder deutsche Indie-Künstler, das ist ja so eine, sag ich mal, so ein Comic-Bereich, auf den ich mich jetzt hier so ein bisschen versuche zu spezialisieren, dich schon mal irgendwie empfohlen oder hat eben zumindest seine Comics bei dir auf der Seite und du vertreibst die auch. Fangen wir mal ganz von an. Also du hattest jetzt eben schon ganz, ganz viele Namen genannt, die da wohl, mit denen du zusammenarbeitest. Fangen wir doch mal beim Namen an. Was bedeutet eigentlich Quimbi? Das bedeutet tatsächlich gar nichts. Ich habe lange, ich habe lange, nein, es bedeutet natürlich für mich, also es sollte positiv klingen. Ich wollte gerne was Kurzes, Prägnantes haben. Es sollte positiv und offen klingen und ich habe lange mit Silben rumprobiert und dann muss man natürlich auch immer gucken, gibt es den Namen vielleicht schon? Soll man irgendwas mit Comic im Namen machen? Also weiß ich nicht, Comic Café oder so, in die Richtung hatte ich auch überlegt. Comic Delikatessen oder so. Das war halt alles zu umständlich und zu kompliziert und da habe ich gesagt, okay, dann soll es lieber ein Fantasiename sein, der möglichst offen und positiv klingt und ja, das hoffe ich, dass mir das mit Quimbi gelungen ist. Es gibt tatsächlich einen Shop, einen Comic Shop in Chicago, der auch Quimbi heißt, allerdings mit QU wie Quimbi the Mouse hat also mit dem eingedeutschten Quimbi gar nichts zu tun. Das ist aber totaler Zufall, da habe ich mich nicht dran orientiert. Und wenn man dich so ein bisschen auf dem Schirm hat und noch guckt, was du da so anbietest, dann fällt auch immer wieder dein Logo auf. Ja, es gibt das Quimbi-Logo und es gibt vor allem diesen süßen kleinen Roboter. Wie kam es denn dazu? Ach, als das Thema mit dem Weltraum gefunden war, also da habe ich so ein bisschen mit meinem Designer rumgesponnen, da haben wir überlegt, ja, wer könnte denn jetzt die Comics präsentieren und wer könnte die denn bringen? Es muss irgendwie auch eine Sympathiefigur geben und da hat sich der Roboter eigentlich ziemlich schnell gefunden. Es hat gesagt, ah, der kommt vielleicht aus irgendwelchen fernen Galaxien, aus dem Webcomic-Universum. Das klingt jetzt ein bisschen sehr abgehoben, aber so hat sich das einfach ergeben und ich wollte nicht unbedingt einen Roboter haben, das war einfach so durch dieses Thema Weltraum und Universum, ja, was könnte denn da kommen? Ja, einen Alien wollte ich irgendwie nicht, dann war aber halt schnell die Idee zu dem Roboter geboren und hat auch tatsächlich die Sarah Urini entworfen. Ach, der hat sie, das ist quasi, sie ist dein Designer? Nein, nein, also die Sarah hat die Figur gemacht, aber mein Designer ist jemand anders, der sitzt mit mir im Atelier zusammen, das ist der Michael Erbach aus Köln, der ist halt Webdesigner und Designer und der hat das Ganze drumherum mir dann gemacht. Also die Sarah hat so ein paar Zeichnungen dazu gemacht, außer dem Roboter, weil er hat das ganze Shopdesign ansonsten gemacht. Nun gut, das haben wir jetzt einen Namen, wir haben ein Logo, wir haben ein Maskottchen, wir haben auch eine Idee und nun gab es eben die Frage, was machen wir jetzt damit? Also quasi, wie hast du, du hast ja diese Website quasi gemacht, diesen Webshop, andererseits hättest du genauso gut einfach auch ein Lokal aufmachen können. Warum jetzt gerade im Web? Ja, also lokal wollte ich aus ziemlich offensichtlichen, wahrscheinlich offensichtlichen Gründen nicht, weil es eben erstmal eine sehr teure Angelegenheit ist, ein Ladenlokal aufzumachen und dann mit so einem kleinen Programm, das hätte sich auf keinen Fall von Anfang an getragen, aber ich habe gesagt, im Web kann ich das aber alles ausprobieren und das muss ich auch nicht unbedingt von Anfang an tragen, weil es gab so gut wie natürlich außer der technischen Umsetzung und der Programmierung, die ich bezahlen musste, gab es aber halt so gut wie keine Anfangskosten. Also ich hatte halt ein Gewerbe gegründet und damit, dann habe ich den Shop programmieren lassen und dann Sachen eingepflegt und dann gab es keine Kosten und das war, ich wollte mir auch kein Ladenlokal ans Bein binden, erstmal. Das ist ja nachvollziehbar, na klar, ja. Also nicht nur aus Kostengründen, aber ja, auch der ganze logistische Aufwand war mir erstmal zu groß und ich wollte auch tatsächlich ja nicht so eine Konkurrenz zu schon zwei oder drei bestehenden Comicläden hier in Köln bieten, also wie viele Comicläden sollen in so einer Stadt überleben, das ist ja auch in Köln. Also auch in der Hinsicht wollte ich das nicht, sondern ich wollte halt bewusst was anderes bieten, habe gesagt, okay, wenn ich schon in diese Schiene gehe und für Webcomic-Leute was anbiete, warum soll das nicht auch nur im Web und auf Messen stattfinden? Ja, ist richtig. Ist, glaube ich, auch einfach eine moderne Distribution einfach. Du hast ja einfach, ich meine, wer im Netz, also das ist sicherlich schon ein deutlich relevanter Markt für den Kauf von Comics für den Endkunden. Ist schon nicht zu unterschätzen. Okay, du hast dann also offensichtlich aber diesen Schwerpunkt auf Indies. Ist der bewusst gewählt? Hat er sich so ergeben oder würdest du auch für Mainstream-Comics bei dir verkaufen? Das hat sich tatsächlich so ergeben, weil ich halt viele Indie-Künstler kannte und kenne. Da sind, ich weiß nicht, ob man jetzt Sarah beispielsweise mit dem Pony schon zum Mainstream rechnen kann oder die Fuchskind mit ihm Schattenspringer beziehungsweise Autistic Hero Girl oder so oder Schlogger mit ihren Gehirnfürzen. Aber ich glaube erst mal, dass das, also Mainstream, da würden die meisten Leute sicher was anderes drunter verstehen unter Mainstream-Comics. Das sind eben auch so große Sachen, auch Superhelden-Comics wie Panini sie vertreibt, egal ob das jetzt DC oder Marvel ist oder die andere Verlage wie Image oder so. Ich habe mittlerweile halt ein paar Sachen in der Hinsicht im Programm, aber ich möchte eigentlich hauptsächlich bei dem, beim Mainstream bleiben. Es gibt da hin und wieder mal Überschneidungen, aber wenn ich mir selber so mein Programm angucke, doch wirklich nur sehr ausgewählt, tatsächlich, so wie den Schattenspringer, den ich, ja ich glaube, der ist noch am meisten im Mainstream angekommen, würde ich selber so einschätzen. Und Marvin Clifford's Schissler-Weng vielleicht, aber Ich denke definitiv, dass sowohl der Schattenspringer von Feuerfuchs oder Fuchsfeuer, also die heißt, ist ja bloß ihr Name auf Twitter, auf Twitter heißt sie ja aber nicht so. Eigentlich heißt sie ja anders, es wird gerade peinlich, aber Genau, macht nichts. An jeder Schreiter ist das. Genau, genau, richtig. Also sie hat wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen auch über den Panini, die auch da ausnahmsweise, warum auch gerade da mal sehr viel Marketing betrieben haben, auch zu Recht wahrscheinlich. Und natürlich mit Sarah Burini ist ja nun auch die Größe der deutschen Indie-Szene, das braucht man ja auch nicht, kann man ja nicht anders sagen. Insofern top. Genau, und da dann frage ich mich halt, okay, also das sind also eben die Indie-Verlage, das hat ja eben, also Indie-Verlage, Indie-Künstler, das hat ja auch einen wahnsinnigen Vorteil, denn eine der Besonderheiten bei dir ist es ja, dass ich habe vor kurzem das erste Mal eine deutlich, also wirklich eine größere Bestellung bei dir aufgegeben und habe da ein Riesenpaket mit tollen Comics bekommen und davon war ein Großteil ja wirklich signiert, ich habe teilweise auch kleine, kleine Mini-Sketche drin gehabt und so und das ist ja wirklich eine Besonderheit, also da muss ich ja normalerweise auf die Messe für fahren, um das zu bekommen. War das auch geplant, ist das einfach ein Gimmick, das sich so ergeben hat, wie ist da der Hintergrund? Das hat sich tatsächlich ergeben durch den persönlichen Kontakt zu den einzelnen Zeichnern und dann habe ich tatsächlich angefangen, wenn Leute mir ihre Comics angeboten haben, habe ich auch gefragt, ob sie Lust hätten, hin und wieder mal was zu signieren und mittlerweile ist es fast schon so, dass, also ich habe ein paar Leute, die sagen mir immer schon, ja ich schicke dir auch auf jeden Fall signierte Comics mit und das ist natürlich total toll, dass ich das mit anbieten kann und ich mache das auch sehr gerne, aber es bedeutet natürlich einen großen Extraaufwand und ich, also die Zeichner bekommen deswegen natürlich auch für den Comic keinen Cent mehr. Ich darf ja auch schon auch wegen der Buchpreisbindung auch nicht mehr für einen signierten Comic nehmen als für einen unsignierten, das wäre ja ein Wettbewerbsvorteil in dem Sinne, aber ich möchte das schon weiter mit anbieten und das gehört auch ja nicht nur zum Service bei mir, ich mag tatsächlich die Leute auch so persönlich anzusprechen und darüber ergibt sich dann, dass die Leute sich beispielsweise auch eine Widmung in ihre Comics reinschreiben lassen können, teilweise, wenn es nicht so aufwendig ist. Also wenn wir, ich starte manchmal Aktionen mit Zeichnern, dann sagen wir beispielsweise, ja, wir bieten jetzt mal 50 signierte Comics von dem und dem vom Schattenspringer an oder sowas und dann haben wir das tatsächlich auch schon gemacht, dass die Leute sich persönliche Widmungen da reinschreiben lassen konnten. Ja, das hat sich anfangs so ergeben und mittlerweile ist es schon wirklich bei einigen Leuten, bei einigen Zeichnern und Zeichnerinnen so üblich, dass sie schon auf mich zukommen und sagen, ich möchte so auch signierte Ausgaben haben, was total toll ist, weil das kann natürlich ein Amazon oder so nicht bieten, oder Gold oder Talia oder ich möchte jetzt alle heißen. Genau, das ist auch toll, also wenn wirklich, man merkt einfach, dass es auch sehr viel auf dieser persönlichen Ebene mitspielt und gerade so als Comicsammler und Comicfan, das ist natürlich großartig, da eine Signatur zu bekommen und vielleicht sogar eine Widmung, ohne dass man da jetzt, sag ich mal, überhaupt aus dem Haus gehen müsste für, das ist ja großartig, ja, an dieser Stelle schon mal klasse und wir löften das vielleicht auch ein bisschen so vom Verständnis mal im Hintergrund ab, die schicken dir dann einen Karton voll mit einer Handvoll oder vielleicht mehr Exemplaren und die liegt dann bei dir zu Hause oder in einem Lager rum oder wie habe ich mir das vorzustellen? Genau, ganz aktuell, was ich beispielsweise eben eingepflegt habe, was ich dir eben am Anfang erzählt habe, hier vom Adrian von Bauer, der auch Jazzam macht, unter anderem seit Jahren redaktionell betreut, der hat ja auch, bringt ja auch eigene Comics raus, hat selber auch einen langlaufenden Webcomic gehabt, Hipsters, weiß ich auch, der das bekannt ist, da habe ich den Druckworten gemacht, ja, okay, sehr gut, und der hat mir zum Beispiel einen Comic angeboten, den er jetzt gemacht hat über die letzten zwei Jahre, da sind zwei kürzere Sachen drin von ihm, ein 24-seitiges und ein 48-seitiger, nee, jedenfalls zusammen ein 68-Seiten-Softcover, das hat er diesen Monat so fertiggestellt und ist gerade im Druck, er schreibt mich an und sagt, hier, der neue Comic kommt dann von mir raus, möchtest du das schon mal anbieten, kannst du es schon mal einbauen, schickt mir Bilder mit tatsächlich, sagt auch gleich, soll ich dir irgendwie eine Handvoll Ausgaben signieren und wir machen einen Preis aus und das war es eigentlich schon, da ist ja niemand, der uns da reinredet, das sprechen wir ganz individuell ab und das läuft eigentlich alles sehr unkompliziert, das ist natürlich für mich ein relativ logistisch, relativ großer logistischer Aufwand teilweise, weil ich mir natürlich bei jedem Künstler aufschreiben muss, wie viele Prozente kriege ich jetzt von dem für den Shop und so und wann kommt was raus und da bin ich auch in der Hinsicht natürlich häufig darauf angewiesen, dass die Zeichner und Zeichnerinnen mich informieren, wenn sie was Neues rausbringen, egal ob das jetzt im Selbstverlag ist oder im größeren Verlag, aber so ungefähr läuft das ab im Hintergrund, die schreiben mich einfach an, sagen, ich mache da was oder ich hätte Interesse was zu machen, hast du Lust das zu verlegen, das kommt durchaus auch vor oder ich habe gesehen, du hast da so einen Comic-Shop, was müsste ich denn überhaupt dafür bieten, dass du mich in den Shop aufnimmst? Die Frage wird tatsächlich auch gestellt. So pauschal kann ich das meistens gar nicht beantworten. Ich würde ja nicht sagen, ja, du musst auf jeden Fall schon, weiß ich nicht, 2500 Klicks täglich auf deinem Web-Comic haben, damit ich deinen Comic in den Shop aufnehme oder sowas. Sowas möchte ich nicht und da kommt es wirklich eher darauf an, ob mir jetzt ein Comic gefällt oder ob man da irgendwie so eine Bindung aufbauen kann, eine persönliche Beziehung aufbauen kann und wenn man irgendwie nett miteinander redet, dann funktioniert das alles schon und da bin ich sehr gerne bereit, auch Comics aufzunehmen, die vielleicht ja, nur eine geringe Anzahl von Besuchern haben, aber wo sich ein Zeichner, wo ich sehe, ein Zeichner hat da sehr viel Arbeit reingesteckt und mir ist es das wert, das einem größeren Publikum bekannt zu machen. Da bin ich relativ unkompliziert. Das wäre dann auch eine quasi meiner Fragen. Ich habe jetzt eine kleine Fragenliste vorbereitet. Da geht es eben auch genau darum, also welche Künstler können sich denn potenziell bei dir melden? Sollten es welche sein, die bereits fertige Geschichten haben, vielleicht sogar schon selbst was verlegen? Wie sieht es aus? Oder auch Leute, die einfach ein Lager voller Comics haben, das sie verkaufen wollen. Wer sollte sich denn bei dir melden? Also eigentlich alles, was du gerade angesprochen hast. Wie ich schon sagte, es gibt Leute, die haben selber noch keinen fertig gedruckten, die sagen aber beispielsweise, ja, ich mache da jetzt schon seit zwei Jahren Webcomic oder sowas. Würdest du dir das zumindest mal angucken? Vielleicht können wir irgendwas zusammen machen. Manchmal entsteht halt auch nichts daraus. Das passiert einfach, dass mir entweder Sachen nicht gefallen oder ich sage, ja, nee, das halte ich aus verschiedenen Gründen für noch nicht professionell genug oder so, dass man das drucken lassen könnte oder dass sich das lohnen würde. Aber dann eben auch Leute, die schon einen fertig gedruckten Comic haben und selbst verlegten, dann kommen aber auch zusammenarbeiten mit kleineren Verlagen oder mit, also Größe meine ich jetzt gar nicht unbedingt, sondern eher mit Indie-Verlagen auch zustande, wie zum Beispiel Brüddelfisch-Verlag oder Zwerchfell oder sowas. Der Schwarzturm, das hat sich eigentlich auch so über die Zeit ergeben, dass sich da immer mehr Kontakte aufgetan haben und dass ich noch nicht mehr kleinere Verlage oder Indie-Verlage im Programm habe, liegt eigentlich nur daran, dass mir die Zeit fehlt und der Platz bislang das auszubauen. Okay. Das ist die Antwort. Also ich habe ein Lager im Hintergrund, weil du das eben auch gefragt hast. Ich habe viele Comics im Keller hier im Haus, weil der Keller trocken ist, aber das ist überhaupt kein Problem. Deswegen war auch die Entscheidung schnell getroffen, Lager suchen oder nicht. Die Entscheidung hieß nicht Lager suchen, weil das natürlich wieder zusätzliche Kosten bedeutet, aber mittlerweile habe ich ein Büro in der Stadt, in dem ich auch übersetze und da habe ich auch Platz, einen Teil meines Lagers hin auszulagern. Da fällt gerade kein Messer so an. Teil meines Lagers auszulagern, super. Ja, das ist schön, das ist doch grundsätzlich auch, ich erkenne daraus eine Wachstumstendenz. Das ist schon schön. Also das war das mit den einzelnen Leuten, die kommen. Also besondere Regeln habe ich da tatsächlich keine, weil du da jetzt so, habe ich die Frage richtig verstanden? Ja, genau, ob es vielleicht Leute gibt, wo du sagst, verlege ich nicht mit doof, falsches Thema oder so. Nö, ja, das könnte vielleicht sein, wenn jetzt einer kommt, der, weiß ich nicht, irgendwelche Comics macht, die andauernd sexuell anzüglich sind oder sowas. Also nee, da halt, also das ist aber jetzt nur ein Beispiel, das kann ja auch etwas anderes sein, wo ich sage, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, sowas zu machen und, nö. Aber da habe ich keine festen Regeln tatsächlich, nein, nein, nein. Okay. Kam es denn, dadurch, dass du jetzt dann auch wirklich einige Jahre an Erfahrung da jetzt in dem Bereich hast, vielleicht mal so ein bisschen allgemeiner zu den Leuten, die dich da angesprochen haben oder vielleicht doch allgemeiner zur Szene, war das denn immer ein freundliches Miteinander, bestand dann auch ein Verständnis dafür, falls du vielleicht nicht verlegen wolltest oder das auf deine Seite packen oder ist es da auch schon mal ohne, dass du jetzt Namen nennen musst, auch mal unangenehm geworden? Nee, da ist es tatsächlich noch nicht unangenehm geworden. Ob es im Hintergrund mal irgendwie Schwierigkeiten gegeben hat, kann ich natürlich nicht sagen, aber wenn ich mal bei Leuten gesagt habe, nee, das irgendwie finde ich, dass das beispielsweise noch nicht professionell genug ist und das ist nicht so einfach, das zu sagen, ohne die Leute, ich will die Leute ja nicht beleidigen, sondern ich möchte denen möglichst konstruktive Sachen mit auf den Weg geben, das versuche ich zumindest, wenn ich sage, nee, das gefällt mir aus diesem oder jenem Grund nicht oder ich finde, das ist noch nicht professionell genug. Wenn es da irgendwelche komischen Dinge gegeben hat, habe ich davon nichts mitbekommen. also es gibt es gibt schon einzelne Zeichner oder Zeichnerinnen, mit denen ich mich nicht ganz so super verstehe, das kommt durchaus vor, aber das ist, wenn das persönliche Dinge sind, dann wäre das ja beispielsweise totaler Quatsch, sowas nach außen zu tragen oder so, also das sollte ich, das hat ja auch nichts mit dem Comic dann zu tun, es sei denn, es wären irgendwie politische Ansichten oder so, die würde ich, glaube ich, schon vielleicht auch irgendwo ausfechten oder öffentlich austragen mit jemandem, das wäre es mir, glaube ich, wert, aber am Ende darf man ja auch nicht vergessen, dass das alles furchtbar energiezehrend ist, wenn man sowas macht und dann beschäftige ich mich natürlich lieber mit den positiven Aspekten, aber tatsächlich könnte ich gerade nicht sagen, dass irgendwie im Hintergrund nö. Ja, schön, ich habe vor allem den Eindruck, dass es so wie eben in der deutschen Comicszene üblich dem Grunde nach also wirklich so eine Willkommenskultur gibt, man unterhält sich erstmal und schaut erstmal, was funktionieren kann, denn auch ein Versuch kommt es sicherlich immer mal an. Ja. Genau. Okay, dann sollten wir vielleicht, weil so ein bisschen sind wir ja auch die Nerds und die Geeks, würde mich schon interessieren, wie das auch technisch aussieht, ja, also ich habe mir jetzt hier einfach nun mal technische Umsetzung aufgeschrieben, hast du das alles selber programmiert, kennst du dich aus mit Webdesign und dem ganzen Datenbank dahinter oder kriegst du da Hilfe, wie läuft das? Nein, um Himmels Willen, also ich habe das nicht alles selber programmiert, also ich habe einen Programmierer im Hintergrund, auf deren Server wird auch der Shop gehostet, das ist ein Shop-System, wie es ja so viele Shop-Systeme gibt, aber das hier im Hintergrund ist das Oxide-Shop-System und er hat als Programmierer einfach das Design von meinem Designer über das Shop-System gestülpt, um es mal so auszuprobieren, aber im Hintergrund ist das Oxide-Shop-System und da gibt es irgendwie eine teure Edition, eine mittelteure Edition, eine Community Edition und ja, davon sucht man sich halt eine aus und dann kann man das umprogrammieren lassen, damit es so gestaltet wird. Nein, das habe ich nicht selber gemacht, da habe ich gar nichts von selber gemacht, ich hatte da meine Vorstellungen, was ich selber mache, sind die ganzen Texte, also so für, außer es sind Verlagstexte, die irgendwie für einen Comic da sind, aber ansonsten mache ich so Texte schreiben, sowas alles in Absprache mit den Zeichnern, mit den Künstlern, die stellen mir entweder Bilder zur Verfügung oder ich gruppiere mir in Absprachen mit denen, was vom Webcomic runter, von der Seite direkt oder so oder manchmal fotografiere ich auch Sachen ab, da ist ziemlich viel so in Handarbeit, aber Programmieren selber kann ich tatsächlich nicht, nein. Aber so alles, das ganze Einpflegen und so, das mache ich dann schon alles selbst, ja. Und du hast dann so ein sogenanntes Content-Management-System, über das du halt dann einfach auf deine Shop-Daten irgendwie intern zugreifen kannst und kannst dann da Inhalte einfach einfügen in das bestehende System. Ja. Ich kann dann so ein bisschen für den Hausgebrauch halt HTML, so im Hintergrund, aber auch nicht viel mehr als hier mal eine Schrift fett machen. Ja, ja. Da mal einen Absatz setzen oder sowas, da hört es dann leider auf bei mir. Und ist auch ganz top aktuell. Ich sehe nämlich, du hast auch, wie es sich jetzt nämlich gehört, spätestens seit Mai, diesen Datenschutzerklärungsbereich auch drauf. Da nochmal Hinweis an alle, die das hören und selber irgendwo eine Internetseite betreiben. Gibt diese neue DS, oh Gott, VGO oder sowas, neue europäische Verordnung. Beschäftigt euch mal mit dem Thema Datenschutz auf Webseiten und was ihr da selber auch bei Blogs, Podcasts, sowas nicht, alles da spätestens seit Mai 2018 beachten müsst. Das ist ein relativ komplexes Thema. Informiert euch da mal, sonst könntet ihr böse auf die Nase fallen. Und das habt ihr schon 1a umgesetzt, wie es scheint. Da arbeite ich natürlich auch im Hintergrund noch an Dingen, da ist auch gerade sehr vieles in der Mache, weil da noch nicht ganz so alle sich drüber im Klaren sind, ja, was muss man denn jetzt alles eigentlich beachten und was muss man nicht beachten. Aber klar, Datenschutz und sowas spielt bei mir immer eine Rolle. So, kommen wir zu sprechen zu den, sag ich mal, Prozessen im Hintergrund. Also wir haben jetzt geklärt, okay, zum einen bist du als Webcomicshop unterwegs und vertreibst hier Comics, die sowohl im Eigenverlag von den Künstlern kommen als auch von kleinen Indie-Verlagen und natürlich bist du auch noch selbst, wenn man so will, ich glaube, wahrscheinlich sogar als Verlag dann auch tätig mit der Edition Quimby. Fangen wir mal an, wie das aussieht, wenn jetzt ein Comic, der im Eigenverlag erscheint, wenn der aus und vorbei ist. Also aus und vorbei heißt, dass du keine mehr im Lager vorrätig hast. Wie geht es dann weiter, so ein bisschen zu den Prozessen? Wie kommst du an neue Exemplare? Bei der Edition Quimby ist es so, dass ich jetzt auch ISBN habe für die neuen Comics, die ich produziere. Das heißt, die Bücher und Comics wären auch demnächst dann richtig im Buchhandel erhältlich, wenn sie dann einen Buchhändler bestellen wollte. Das heißt auch, dass sich die Auflage dann wahrscheinlich ein bisschen erhöhen würde bei den produzierenden Comics. Aber bei bisher produzierten Comics heißt das natürlich, ja, ich muss mir schon überlegen, ob ich einen Comic nochmal neu auflege. Ich habe relativ kleine Auflagen gemacht von den bisher produzierten Sachen. Das heißt so, zwischen 200 und 500 Exemplaren, was natürlich für Größen im Comic-Business eine total verschwindend kleine Zahl ist. Aber für mich als Mini-Kleinverleger freue ich mich, natürlich, wenn ich 200 Stück von irgendwas verkaufe. Das heißt, wenn das so neigen geht, muss ich mir schon überlegen, ja, produziere ich das Ding jetzt tatsächlich nochmal neu? So eine Produktion von einem Comic kostet vielleicht in, ja, je nach Größe der Auflage natürlich und je nach Druckqualität und nach Auflagenzahl kostet das halt zwischen 500 und 1000 Euro. das ist dann für einen Digitaldruck. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn ich halt davon, wie jetzt vor der nächsten großen Messe vier sind gerade in Arbeit, vielleicht mache ich noch einen fünften Comics produziere, dann muss ich mir das natürlich schon genau überlegen, was kann ich jetzt vielleicht zusätzlich noch nachproduzieren von einem Comic, der gerade zur Neige geht, den ich aber vielleicht auf der nächsten Messe gebrauchen könnte, kann ich mir da nochmal leisten, jetzt für 500 Euro oder noch mehr neue Auflage zu produzieren, da wird es schon schwierig. Okay, ich merke schon, also was deine eigenen Produktionen angeht, das hat uns ähnlich zum Beispiel auch von Danny Books, der Janne Rohleder so auch erzählt, natürlich muss man da immer so ein bisschen abwägen, was ist einfach noch sinnvoll zu drucken, wenn ein Comic quasi in der Nachfrage runtergeht, macht es keinen Sinn, dann eine zweite, dritte, vierte Auflage zu machen, das ist schon klar. Ja, und wie sieht das aus, wenn du jetzt beispielsweise, du hattest jetzt von vom Schwarzen Turm gesprochen oder du verlegst glaube ich auch die Sachen von Plan Plan Productions, wie sieht das aus, hast du da auch einen gewissen Vorrat an Exemplaren vorrätig, die du verschicken kannst oder forderst du das immer individuell direkt beim Verlag an? Das mache ich relativ, das geht als relativ unkompliziert mit denen, die du jetzt gerade genannt hast und auch mit beispielsweise Zwerchfell geht das relativ unkompliziert, das fordere ich beim Verlag an, oder je nachdem, was ich für Stückzahlen brauche, auch schon mal beim großen Vertrieb, aber manches mache ich einfach individuell mit den Verlagen, also Plan Plan Productions beispielsweise, die schicken mir immer das neue War Comics und Trachtman, die sind jetzt gerade neu auf der Startseite und dann, ja, dann schickt mir erst mal wieder eine Box von den neuen Aufgaben, das geht ja auch ziemlich schnell, sehr gut, innerhalb eines Tages oder von zwei Tagen dann da, also sowas ist überhaupt kein Problem. Und du bist ja in einem Mannbetrieb, also eine One-Man-Show quasi, du schmeißt das alles komplett alleine, von Planung bis Umsetzung, es ist alles deine Arbeit, das heißt, du bist dann auch derjenige, der die Comics allesamt verpackt und zur Post bringt, oder? Das ist richtig so, ja, genau. Das, ich versuche das so zu handeln, dass ich morgens als erstes immer mal so Versand mache, dann, dann sehe ich eben, was gerade zur Neige geht oder ausverkauft ist und bestelle Sachen nach oder so und dann, dann setze ich mich eigentlich an Übersetzungen oder arbeite neue Sachen in den Shop ein oder so. Das ist im Prinzip so der Ablauf. Dadurch, dass das eben alles aus einer Hand kommt, ist das schon mal ein bisschen aufwendiger als bei bei anderen Shops. Ne, aufwendiger ist es nicht, aber es nimmt halt mehr Zeit in Anspruch, das wollte ich eigentlich sagen. aber jemand, der von außen den Shop sieht und Sachen bei mir bestellt oder bestellen will, der weiß das ja erstmal überhaupt nicht. Das sieht man ja nicht, dass da nur eine Person im Hintergrund ist und das sollte dem Kunden ja auch egal sein oder dem potenziellen Kunden, aber ich sage das immer, mache das immer ganz gerne offen auf Twitter und auf Facebook und anderen Plattformen, dass ich nur eine Person im Hintergrund bin, weil die Leute dann häufig ein bisschen mehr Verständnis dafür habe, wenn es vielleicht mal einen Tag länger dauert oder so, wenn nicht sofort was kommt. Das ist ein ganz guter Punkt, den du ansprichst, denn gerade das hatten wir, habe ich jetzt ganz aktuell, du warst kurzzeitig erkrankt und hast dann eben auch deine potenziellen Kunden darüber informiert, dass es mit dem Versand ein paar Tage länger dauern kann und das hast du auch wirklich sehr vorbildlich, wenn ich es persönlich finde, auf den Social Media Plattformen, insbesondere auf Twitter ist es mir jetzt gezielt aufgefallen, eben auch kommuniziert. Wie wichtig ist dir denn diese Interaktion mit deinen Kunden und vielleicht auch mit den Künstlern über diese Plattformen? Ist mir selber total wichtig und es zeigt sich auch immer wieder, dass das sehr wichtig ist. Das kommt A, bei den Leuten gut an, bei den Kunden oder bei den potenziellen Kunden. Die Leute finden es immer klasse, wenn die sich, wenn die persönlich angesprochen werden und danke, dass du das nochmal erwähnst, dass du findest, dass ich das professionell gemacht habe auf Twitter. Ich weiß nicht, wie professionell das ist, aber tatsächlich lege ich großen Wert darauf, das auch immer so publik zu machen und den Leuten so klar wie möglich zu kommunizieren, was im Hintergrund gerade los ist. Ich habe immer den Eindruck, es kommt sehr gut an, ich kriege sehr gute Rückmeldungen da drauf und ich möchte gleichzeitig auch, dass die Künstler sich darauf verlassen können, dass ihre Sachen vernünftig vertrieben werden und vernünftig unter die Leute kommen und zeitnah unter die Leute kommen, dass die Leute sich nicht, was auch schon mal vorgekommen ist, bei Künstlern beschweren und sagen, ich habe das aber schon so und so lange bestellt, wo bleibt denn meine Sendung oder sowas. Das machen Leute manchmal, die haben, glaube ich, eher wenig Verständnis dafür, dass die Künstler damit gar nichts zu tun haben und das kommt aber halt vor, dass die Leute Künstler anschreiben und sagen, ich habe doch da eine Vorbestellung gemacht, warum dauert das denn so lange und dann sagt der Künstler natürlich zu Recht, ja, habe ich aber nichts mit zu tun, dann musst du dich bitte an den Shop wenden und ich versuche das immer, immer, immer wieder zu kommunizieren, damit die Künstler sich da auf mich verlassen können, und versuche das immer wieder klar zu kommunizieren, damit das allen Leuten klar wird, dass die Künstler damit gar nichts zu tun haben. Auch wenn es Sachen sind, die beispielsweise von den Künstlern signiert werden, ich möchte eigentlich, dass die da so weit wie möglich rausgehalten werden, sondern dass ich die Kommunikation da übernehme. Sonst könnte es halt am Ende doch gleich wieder der Künstler selber machen und das war ja eigentlich genau der Sinn der Sache, dass Krimi da auch einen Teil der Arbeit abnimmt, den Leuten. Das ist auch mal ein Eindruck für als Außenstehender, das wirkt super professionell. Ob jetzt ein Mann dahinter steht oder nicht, das habe ich ja auch erst im Rahmen, sag ich mal, der letzten zwei, drei Jahre so überhaupt ein bisschen rausgekriegt, dass das wohl offensichtlich so ist und dass das, wie gesagt, eine One-Man-Show ist. Aber nochmal kurz zu den Social-Media-Plattformen. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wo du privat als auch mit Krimi überhaupt vertreten bist, also Facebook, Twitter, Instagram. Ich glaube, jetzt gibt es auch dieses Vero oder gab es kurzzeitig. Wo bist du aktiv? Was ist dir jetzt am wichtigsten? Worauf legst du vielleicht nicht so Wert? Also am aktivsten war ich am Anfang auf jeden Fall bei Facebook. Da habe ich täglich ein Posting gemacht, sei es ein Comic geteilt oder irgendeine Neuigkeit über Krimi, welcher neue Künstler dazugekommen ist, was geplant wird. Da habe ich täglich was gemacht. Facebook möchte ich aber eigentlich selber wieder von weg kommen, und nicht zuletzt wegen der unangenehmen Dinge, die da ja nicht erst im letzten Jahr zum Vorschein gekommen sind. Twitter ist natürlich auch nicht völlig sauber davon, aber Twitter ist mir irgendwie noch trotzdem die sympathischste Plattform der Social-Media-Plattform. Und irgendwie besteht da auch eine große Verbindung zu vielen Zeichnern und Zeichnerinnen. Und man kann die Sachen da sehr schnell verteilen und sich untereinander auch verknüpfen. Ist jedenfalls immer noch mein Eindruck. Hast du da einen anderen Eindruck? Also ich finde tatsächlich, dass Facebook war bis vor ungefähr einem Jahr ganz gut, um sich so ein bisschen links zu teilen. Links hier ist mein Shop, hier ist mein neues Bild. Guckt mal, guckt mal, guckt mal. Schön die Gruppen. Jetzt haben die ihren Algorithmus geändert. Und ganz im Ernst, ich finde es einfach nur noch, also das macht keinen Sinn mehr. Ich finde es immer schön, dass meine Freunde jetzt alle sehen können, welche Filme ich mir anschaue. Aber als sage ich jemandem, der irgendwie ein bisschen Werbung betreiben möchte, ist Facebook einfach jetzt tot. Und diese rein, also auch, es wäre jetzt ein längeres Gespräch, wo ich mich damit beschäftigt habe, aber Werbung schalten auf Facebook ist per se eine ganz schlechte Idee, weil das langfristig auch durch den Algorithmus programmiert auch nur zu deinem Nachteil ist, wenn du nicht permanent Werbung schaltest. Also es ist echt eine schlechte Idee und nicht durchdacht, glaube ich auch. Twitter finde ich da schon gut. Bei Twitter hat man deutlich mehr Interaktion, aber ich finde immer, Twitter ist eine Plattform von Journalisten und Kreativ-Medienschaffenden, sage ich immer, die so untereinander ein bisschen machen. Aber um jetzt so die Normalsterblichen zu erreichen, ist Twitter leider nicht so geeignet. Also den normalen, sag mal Batman-Fan, erreichst du auf Twitter vielleicht nicht so gut. Aber dafür ist letztendlich schon eine sehr hohe Interaktion. Und jetzt eben ganz neu, wo ich jetzt für mich persönlich auch erst vor ungefähr, also nicht ganz einem Jahr, für mich entdeckt habe, ist Instagram, weil das, glaube ich, ist einfach sehr viel, das ist eben sehr bildaffin und deswegen auch für den Comic-Bereich sehr gut geeignet. Und du hast relativ hohe Interaktionen, weil du hast schnell viele Leute, die dir folgen und das irgendwie alles liken. Aber ich finde, Instagram ist technisch einfach noch sehr, sehr beschränkt mit der fehlenden Möglichkeit, Sachen zu teilen, der fehlenden Möglichkeit, vernünftig Links einzubinden. Da finde ich, fehlt es noch, da ist noch viel Potenzial nach oben frei. Was, was du zu Twitter gesagt hast, dass man zum Beispiel nicht den, wie du es gerade genannt hast, den normalen Batman-Fan da ansprechen kann, weiß ich gar nicht. Ich kann das, glaube ich, selber nicht mehr so gut beurteilen, weil ich auch nicht immer sehe, was kriegen die Leute von mir angezeigt. Wobei Twitter natürlich, glaube ich, mittlerweile genauso schnell die Sachen wieder nach unten scrollen und verschwinden, wie auf einer anderen Plattform auch. Aber ich kriege immer, trotzdem immer noch sehr gute Rückmeldungen über Twitter. Was ich auf jetzt, plattformunabhängig, was ich auf allen Plattformen immer noch machen möchte, ist, dass sich das Ganze eine Waage hält zwischen Werbung und Comics verbreiten. Mir fällt es schwerer in letzter Zeit, weil ich muss natürlich auch Werbung machen für meinen Job. Das ist einfach so. Ich muss sagen, hier, Leute, guckt mal, ich habe neue Comics und ich produziere neue Comics, was dir in den letzten Tagen wahrscheinlich schon häufiger aufgefallen ist. Aber jetzt gerade muss ich auch beispielsweise trommeln. Ich habe gerade die, mit dem Verlag so viele Dinge in Planung und so. Da muss ich einfach dreimal am Tag sagen, hier, Leute, ich habe den und den Comic in Produktion. Guckt mal hier und da ist ein Bild und so weiter. Ich finde das selber nicht immer so sympathisch und es fällt mir echt schwer, da einen vernünftigen Mittelweg zu finden. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist Instagram. Also ich bin auf Instagram als Joe Timberwolf, aber nicht als als Quimby. Da muss ich einfach gucken, wie ich das zeitlich unterbringen kann. Also das ist, das Problem ist, das Problem bleibt einfach, es ist immer dasselbe. ich mache den Job alleine, ich muss, ich pflege alles selber ein, ich betreibe die Social Media Plattformen alle selbst. Nicht, weil ich das alles, weil ich der Meinung bin, dass ich das alles selber am geilsten mache oder alles am besten kann, aber es ist einfach so, ich müsste ja auch jemanden bezahlen und der müsste sich auch ziemlich gut mit den Sachen auskennen und das ist schwierig. Ist natürlich letztlich für dich eben auch ein Business, das muss man schon sagen und ist ja was anderes als jetzt zum Beispiel dieser Podcast, der ein reines Hobbyprojekt ist, wo also, das mache ich einfach, weil ich Bock drauf habe, aber ich verdiene damit keinen Cent. Du allerdings als Selbstständiger hast du natürlich ganz andere Perspektiven und Blickwinkel, die du natürlich da an den Tag legst. Also generell sagtest du jetzt eben, Werbung hatten wir kurz angesprochen, da immer so allgemein, machst du Werbung vielleicht auch in irgendwelchen Magazinen in gedruckter Form oder auf anderen Internetseiten? Nein, habe ich sporadisch gemacht, also ich habe mal Bannerwerbung irgendwo geschaltet, gedruckte Werbung habe ich tatsächlich überhaupt noch nie irgendwo gemacht, so peinlich das ist, aber das habe ich vor jetzt zu machen, auch in einem anderen Comic-Magazin. Es gibt da auch so einen Katalog von dem Verlag, den du ganz gut kennst, vielleicht machen die das auch. Ja, da habe ich mir tatsächlich aber noch nicht die Preise angeguckt. Ich glaube, möglicherweise würde ich da hinten überfallen, weiß ich aber noch nicht. Nein, muss ich mal reingucken, tatsächlich, wie da die Preise sind. Tatsächlich war meine Überlegung immer so, ah, bringt es das noch in Printprodukten, weiß ich gar nicht so genau, aber wenn ich gegenüber mir selber ehrlich bin, ich habe es ja online auch noch nicht so richtig probiert, mit der Werbung. Und das liegt aber einfach daran, da bräuchte ich, glaube ich, mehr Beratung und da müsste ich jemanden haben, der mir dabei hilft, der mir sagt, ja, das und das sollst du da und da mal investieren, beispielsweise. Okay. Was nur heißen soll, dass ich es ziemlich schwierig finde, zu entscheiden, wo soll ich Werbung betreiben? Oder es ist nicht so, dass ich keine Werbung machen will, sondern es ist einfach eine schwierige Entscheidung für mich. Da sind wir mal gespannt, ob wir irgendwann mal irgendwo was sehen. Ich meine, es gibt ja auch wirklich noch diese ganzen Live-Veranstaltungen. Das können wir vielleicht mal vorschieben. Wo können wir dich überhaupt mal live antreffen? Wo bist du jetzt speziell mit deiner, wo bist du einfach anwesend? Jetzt im Mai wird die Kölner Comic-Messe sein. Das ist am 1. Mai-Wochenende und die ist auch am 1. November-Wochenende. Die habe ich jetzt schon zweimal nicht besuchen können. Ich hoffe, dass ich das zeitlich jetzt diesmal hinkriege. Durch den ganzen Kram, den ich in Vorbereitung habe, könnte das eng werden, aber ich versuche, da in Köln am 1. Mai-Wochenende zu sein. Ansonsten vom 31. Mai bis zum 3.6. auf dem internationalen Comics-Salon in Erlangen. Dann einen knappen Monat danach auf der Comic-Con in Stuttgart werde ich auch einen großen Stand haben. Und zu beiden großen Veranstaltungen kommen mehrere Zeichner und Zeichnerinnen mit. Auf jeden Fall. Also volles Programm, mega gut. Sehr schön. Gut, da haben wir das nämlich noch vorgezogen, weil ich glaube, wie gesagt, in Erlangen werden wir uns ganz sicher auch nochmal begegnen. Da halte ich dir auch nochmal mein Mikro unter die Nase. Keine Sorge, das kriegen wir hin. Ich habe noch zwei Punkte auf meiner Liste stehen, die ich gerne noch kurz besprechen würde mit dir. Quimby, das scheint mir für mich vor allem auch ein Herzensprojekt zu sein. Da ist also wirklich viel Zeit reingeflossen, viel Herzblut. Das basiert natürlich auch viel auf deinen persönlichen Kontakten, die du über die Jahre aufgebaut hast. Jetzt gibt es ja am Internet durchaus auch die ein oder andere Plattform, die eben auch Comics verkauft, also speziell als ursprünglich aus dem Buchbereich kommt. Du hattest vorhin schon diverse auch genannt. Es gibt also wirklich eine ganze Handvoll Mitbewerber auf dem Markt. Da finde ich es immer besonders beeindruckend, wie lange sich Quimby eben jetzt auch schon hält. Gerade auch, weil du eben da auch sicherlich ein besonderes Publikum ansprichst. Wie schwer ist es denn für dich, im Internet zu bestehen, wenn man eben bedenkt, wie viele Mitbewerber es da auch gibt? Es ist ziemlich schwer für mich, ist die kurze Antwort. Ich mache ja auch kein Hehl daraus. Du hast das ja auch schon mal angesprochen oder wir haben das auch schon mal gemeinsam angesprochen, dass ich auf verschiedenen Plattformen nicht so gut zu sprechen bin. Natürlich ist das aber auch so, weil man sich viele Leute so daran gewöhnt haben, dass sie einfach da einkaufen und ich da natürlich mich besonders anstrengen muss, die Leute zu mir zu kriegen, weil sich das einfach so eingeschlichen hat in den ganzen Alltag. Das ist aber auch gleichzeitig meine Chance. Tatsächlich. Ich finde, dass ich da eine große Chance habe, durch die ganzen individuellen Sachen, die ich bieten kann, die Leute zu mir zu kriegen. Das ist natürlich alles etwas aufwendiger, als einfach nur so irgendwie einen Job zu machen und Bücher ins Internet zu stellen oder Comics ins Internet zu stellen. Aber ich finde es auch sehr belohnend. Tatsächlich. Und alle Leute, die ich irgendwie zu mir, wie sage ich das jetzt möglichst bustig? Locken. Nein, die Leute, die ich zu mir locken kann, die ich überzeugen kann, sich zumindest die Sachen mal anzugucken, die ich im Shop habe. Es ist ja auch nicht jeder ein Fan von Indie-Comics. Das kann ja gar nicht so sein. Sonst wären es ja auch keine Indie-Comics, sonst wäre das ja alles Mainstream. Aber was ich damit sagen will, ist, es macht trotzdem natürlich Spaß, diesen Aufwand zu betreiben. Sonst würde ich das nicht machen. Das ist mir ein Herzensprojekt. Aber natürlich möchte ich auch Geld damit verdienen. Und das ist mit viel Aufwand verbunden. Aber jeder Kunde, der zu mir kommt, über den bin ich dankbar. Und es gibt viele Kunden, die jetzt tatsächlich seit drei oder vier Jahren immer wieder bei mir kaufen, bei denen ich merke, ja offensichtlich habe ich da was richtig gemacht in der letzten Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass ich das ausbauen kann. Das wären doch auch die perfekten Kunden für ein Abosystem. Wäre sowas bei dir denkbar? Das wäre denkbar. Das schwelt immer mal im Hintergrund, dass ich sowas gerne anbieten möchte. Sowas wie eine Abo-Kiste mit Indie-Comics beispielsweise. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen sollte. Aber eine Abo-Kiste mit Indie-Comics, wo alle Vierteljahre jeder so eine Überraschungskiste vielleicht zugeschickt bekommt. Und es gibt ja auch die, sorry, ich muss das gerade mal live nachgucken, auch wenn ich das sonst nicht mache bei solchen Gesprächen, die Shortbox. Sagt dir das was? Comics Shortbox. Ich kenne jetzt nur, das sind die Dinger, wo du die Comics reinpackst. Oder ist das ein Projekt? Ja, ich besetze mich da, glaube ich, das furchtbar in den Netzeln. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, wer es macht. Also Internet sagt, kannst du kaufen. Genau, das ist genau sowas, wie ich gerade angesprochen habe. Das ist tatsächlich eine Quarterly Independent Comics Box. Also eigentlich sowas, was ich gerne auf Deutsch anbieten würde. Du kannst da ein Abo machen bei denen und du bekommst halt alle drei Monate so eine Zusammenstellung zugeschickt von Indie-Comics, die dann für dich auswählen. Auch so nach Interessensgebiet oder einfach was übrig ist oder wie läuft das? Ich habe die selber noch nie ausprobiert. Ich sehe das nur immer schon, immer mal wieder bei Leuten, dass die das posten auf verschiedenen Plattformen. Aber ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie die da die Auswahl treffen, ganz genau tatsächlich. Aber die sagen hier auf der Seite so ungefähr das, was ich mir so vorstelle. Die sagen zum Beispiel, ja, keine T-Shirts, keine Ringe, keine Schlüsselanhänger oder so ein Kram, was halt so, ich sage das jetzt mal ein bisschen abfällig, was so Allerwelts Merchandise ist, sondern eher Sachen, die dir frische neue Comics näher bringen. Und das ist eigentlich auch so meine Vorstellung, was ich mir unter so einer Abo-Box vorstellen würde. Wo ich denke, ja, da hat mich ein Comic-Künstler so begeistert, dass ich das gerne den Leuten, die bei mir so ein Abo abschließen, gerne in die Box tun würde. Klingt nach einem wahnsinnig interessanten Konzept. Gerade so Boxen gehen, glaube ich, gerade wie Schmitz Katze die ganzen Nerd-Boxen, die man überall kaufen kann. Und so, das ist ja ein ähnliches, vergleichbares Konzept. Also mit mir hättest du auf jeden Fall einen Kunden. Das freut mich. Also es ist ein cooles Konzept und da wäre es cool, wenn wir noch mehr hören würden, weil ich glaube, gerade dieser Abo-Bereich ist was, wo der Indie-Comic-Markt durchaus noch ein bisschen mehr machen kann. Zuletzt haben wir jetzt ja zum Beispiel auch, es gibt jetzt glücklicherweise dieses, die War-Comics im Abo von Plan Plan. Ganz tolle Idee. Also wirklich toi, toi, toi. Viel Erfolg dafür. Aber freut mich, ich hoffe auch tatsächlich, dass wir langfristig mehr Abos in dem Bereich sehen. Und da sind wir eigentlich auch schon so beim letzten Bereich, den ich hier für heute ansprechen möchte. Wie sieht es denn langfristig aus? Wie sieht es generell aus mit der Planung für Quimbi? Gibt es noch irgendwelche Ideen, die du hast? Irgendwelche Sachen, die du vielleicht ankündigen kannst? Oder ist eigentlich total schlimm und du musst morgen den Laden zumachen? Das spielt ja auch ein bisschen mit dem zusammen, was du eben gefragt hast, zu den größeren Plattformen, zu denen ich natürlich in Konkurrenz treten muss. Und weil es immer wieder schwer ist, genug Verkäufe zu generieren. Ich sage mal, wenn ich das nicht über die Jahre jetzt so gehabt hätte, dass ich das mit den Übersetzungen kombinieren kann, dann hätte ich von Quimbi alleine natürlich nicht überleben können. In der ersten Zeit schon gar nicht. Es gibt aber durchaus Monate, wo Quimbi sich komplett alleine trägt. Das ist natürlich immer davon abhängig, was gibt es gerade an neuen Comics auf dem Markt? Oder mit wem kann ich gerade, habe ich gerade eine neue Zusammenarbeit? Oder wer von den Leuten, die eigentlich ein guter, ich möchte so ungern dieses Marketing-Sprech verwenden, das mache ich jetzt auch nicht. Wer von den Leuten, die sich bei mir sehr gut verkaufen, von denen ich weiß, dass die viele Comics verkaufen, hat gerade ein neues Buch raus. Das sind Monate, da kann ich schon auf jeden Fall komplett von Quimbi leben. Aber es gibt auch Monate, das kann ich ganz offen sagen, da habe ich, die gehen zwei Wochen ins Land und ich habe fünf Verkäufe gehabt oder so. Und dann sitze ich hier und denke so, was ist los? Haben die Leute gerade, ist mein Job irgendwie, ist der Server zusammengebrochen oder was ist passiert? Nee, und da muss ich mir natürlich immer die Frage stellen, was passiert da gerade? Was mache ich falsch? Oder mache ich vielleicht gar nichts falsch? Und die Leute haben einfach gerade kein Geld. Also es gibt ja immer genug Gründe. Ja, es ist schwierig, das abzuschließen. Entweder man macht zu uninteressante Sachen oder man macht zu wenige Sachen oder die Leute haben kein Geld oder es kann halt eine Kombination aus allem sein. Und oft genug weiß ich, ich habe gerade keine Zeit, irgendwie mich so richtig um den Job zu kümmern, wie ich das gerne wollte. Denn immer wenn ich die Zeit dazu habe, läuft es besser. Das kann ich sehr deutlich sagen. Also das heißt, wenn ich Zeit habe, neue Sachen einzupflegen, die ordentlich zu bewerben, immer wieder mit Leuten darüber zu sprechen, immer wieder zu sagen, hier die Künstler anzusprechen und zu sagen, kannst du das vielleicht auch nochmal posten und so weiter, dann läuft es natürlich besser, logischerweise. Und wenn ich gerade sehr, sehr viel Übersetzungen mache, beispielsweise, dann fehlt mir natürlich die Zeit im Shop. Mein Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Und das heißt aber, gleichzeitig um deine Frage da nicht unbeantwortet zu lassen, was ich in Planung habe, ist, ich habe ja gerade den, also Verlag gegründet, stimmt nicht, die Verlagsgründung ist schon vor einiger Zeit passiert, aber ich habe ja gerade ISBN mir bestellt und mache für die neuen Comics die ISBN, habe ich ja eben schon erwähnt, und baue damit die Eigenproduktionen aus. Das heißt, ich habe derzeit vier bis fünf Comics in Planung bis zum Comicsalon Erlangen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Comic in diesem Jahr gewesen sein. Das ist natürlich noch relativ wenig, aber ich bin ja auch nur ein Kleinverlag. Aber ich merke jetzt schon, dass sich das sofort schon bezahlt macht. Kannst du da einen Namen nennen, was da auf uns zukommt? Ja. Ja, ja. Ich habe jetzt mit Sarah Burini, die ja bislang das Leben ist kein Ponyhof beim Zwerchhell Verlag und dann beim Panini Verlag hatte, ihren Ableger vom Ponyhof ist Nerd Girl als Heft in Produktion. Und da haben wir vor anderthalb Wochen die, da habe ich die Vorbestellung da starten lassen und ich bin da auch in Gesprächen natürlich mit Vertrieben, ob die das mit in den Comicvertrieb aufnehmen und in den Buchvertrieb. Dann ist der Mario Bühling, der schon ein paar Titel bei mir gemacht hat mit seinem neuen Stories Heft. Das wird auch kommen, das wird es um die 50 Seiten haben. Das kommt im Mai. Dann kommt von Maximilian Hillertsreder, mit dem ich auch schon mal einen Comic gemacht habe. und zwar als ich mal auf hoher See verschollen war, das haben wir vor ein paar Jahren zusammen gemacht. Liegt hier neben mir. Liegt neben mir, ja, okay. Da hat der Maxi auch den Ecom Independent Preis für gewonnen, wo ich mich natürlich sehr drüber gefreut habe. Weißt du, ich habe so aus dem Nichts eigentlich mit ihm halt dieses Ding gemacht und habe gesagt, ja, wenn du das jetzt online veröffentlichst, dann wann wirst du denn fertig und soll man das denn nicht zusammen machen? So eigentlich eher so ein Schnellschuss und da haben wir uns natürlich beide wahnsinnig drüber gefreut, dass er oder wir dafür dann auch noch den Independent Preis gewonnen haben. Mit ihm habe ich gerade den ersten Teil seiner Wüstentrilogie in Produktion. Das heißt, als ich mal plötzlich in der Wüste gewesen bin. Wow. Da kann man sich erstmal noch nicht viel darunter vorstellen, aber wer schon mal auf Max' Seite war, auf seinem Blog, der weiß wahrscheinlich seinen absurden Humor zu schätzen und ich freue mich sehr darauf. Das wird so um die 70 Seiten haben, der Comic. Dann mache ich wieder eine kleine Manga-Produktion mit der Autorin Anne Delzeit. Die hat auch beim Karzen Verlag schon ein paar Sachen veröffentlicht und die hat mit der Jenny Liss, das ist eine deutsche Manga-Zeichnerin auch, das ist schon zwei Titel bei mir, zwei kleinere Manga-Titel, das ist Verknipst und Tod und Mädchen und die machen die Fortsetzung von Verknipst bei mir dieses Jahr und dann haben wir noch im Gespräch, oh das weiß ich aber noch nicht, ob ich darüber reden darf, die Fortsetzung von einem Comic, den wir gemacht haben. Sorry, das hätte ich jetzt vorher absprechen müssen, weiß ich gerade nicht, ob ich das sagen soll. Also ein bisschen Foreshadowing ist ja auch ganz gut. Genau, das sind auf jeden Fall die viereinhalb Titel, die ich schon ankündigen kann und natürlich eine Sache, auf die ich mich sehr freue, ich bin ein offizieller Partner von Ralf Sing und Thorsten Brauchhaus, der Bendrix, die miteinander zusammen den Zinnober Comic auch in den USA veröffentlichen und die gerade einen erfolgreichen Kickstarter hingelegt haben und das wird bei mir ab Sommer auch im Programm sein, zwar nicht in der Edition Quimby Verlag, aber halt er wird halt einen Imprint bei mir haben und wir werden offizieller Partner sein von Ralf Sing und seinen weiteren Comics, da freue ich mich riesig drauf. Da versprechen wir natürlich auch einiges von. Ja, zu Recht, wir hatten auch die Gelegenheit da ins erste Heft schon gucken zu können und also wirklich ganz toll und man merkt immer wieder bei den ganzen Namen, die du nennst, wie klein, aber doch irgendwie familiär ein Stück weit diese Comicszene ist, wo man sich so ein bisschen irgendwie kennt mit den meisten Leuten, die du heute genannt hast, habe ich persönlich schon irgendwie geschrieben, also man steht so ein bisschen in Kontakt irgendwie, das ist echt ganz cool und wir werden in den Shownotes auch den ein oder anderen Link natürlich auch packen, das heißt also jeder, der sich das hier anhört, der findet natürlich deine ganzen Social Media Accounts, der findet natürlich auch nochmal die URL von Quimbi und unter Umständen können wir da auch noch den einen oder anderen Kim Künstler, den du genannt hast, auch noch verlinken, da muss ich mal gucken, was ich da alles noch mit reinpacken kann und ja, dann werden wir doch von meiner Seite aus, würde ich sagen, hier mit vielem eigentlich auch durch, gibt es doch eine Sache, die du uns unbedingt noch mitteilen möchtest? Ja, tatsächlich, weil wir eben über Werbung gesprochen haben oder so, ich habe natürlich das Problem, dass ich auf meiner Seite bislang noch nie Werbung eingebunden habe, also ich habe zwar oben einen Banner laufen, aber da sind halt immer Sachen eigentlich drin, die schon bei mir im Shop sind, da laufen so Banner durch, damit die Leute sehen, was gibt es denn alles bei den Künstlern so, aber ich habe halt keine Werbebanner, das ist halt vielleicht dumm, aber ich wollte das bislang einfach nicht, ich überlege das aber tatsächlich in Zukunft mal zu machen und vielleicht tut sich ja über diesen Weg auch die Möglichkeit weiterer Kooperation auf, weil ich dich nämlich auch gerade fragen wollte, wie könnte man dir denn umgekehrt unter die Arme greifen als Blogger und als Podcaster? Auch wenn du so nett fragst, ich persönlich, das finde ich ganz interessant, weil ich, eines der Kernziele, die ich so habe mit dem Podcast, der wirklich ein reines Hobbyprojekt ist, an dem ich keinen Cent verdienen möchte auch, ist immer so ein bisschen das Netzwerk, also ich bin wirklich, bevor wir anfangen, uns um die Inhalte zu kümmern, auch bei den Filmbeschprechungen, die ich zum Beispiel mache, gebe ich meinen Gästen immer die Gelegenheit, erst mal sich und ihre Projekte vorzustellen, um halt einfach so ein bisschen, ja sich halt so ein bisschen crossover-mäßig da vielleicht auch eine Promotion zu machen und das ist schon mal gut, mir persönlich ist, ich finde es einfach ganz cool, wenn der ein oder andere das hört und ich würde mich einfach, und das ist vielleicht auch so, über noch sehr viel mehr Feedback freuen, also falls ihr es tatsächlich geschafft habt, euch eine komplette Folge am Stück anzuhören, dann sagt mir doch einfach mal, wie es euch gefallen hat, denn geradezu konstruktive Kritik, die ist mir persönlich sehr wichtig, davon kann ich eigentlich nicht genug bekommen. Und das kann ich natürlich als Macher auch total unterschreiben, da verstehe ich vollkommen, was du meinst und ich bin für den Job oder auch für alles, was ich überhaupt mit den Comics anfange, auch Eigenproduktion und so, auch immer für konstruktive Kritik sehr dankbar, denn wenn mir auch, wenn mir niemand sagt, was ich, also ich nehme auch gerne Lob entgegen, aber wenn mir niemand sagt, was ich falsch mache, kann ich es auch nicht besser machen, ne, und das gilt wahrscheinlich für dich oder für andere Blogger eben auch so, wenn man keine Rückmeldung bekommt, dann ist man, schwebt man so im luftleeren Raum und weiß gar nicht so, ja, hört sich das überhaupt jemand an oder liest das jemand, ja, oder? Durchaus, oder sind die Abrufzahlen alles nur Bots, das weiß man alles nicht, genau. Da bin ich sehr gespannt, gerade auch, wie das hinsichtlich jetzt mit diesen neuen Datenschutzrechtlinien aussieht, was ich überhaupt, also ich persönlich track ja so gut wie gar nichts, machen alles irgendwelche Serviceanbieter für mich, aber wie sich das so entwickeln wird, ich persönlich finde es halt einfach gut, wenn man zusammenarbeitet und finde es auch gut, wenn nicht jeder sein eigenes Ding macht, also ich meine, ich könnte jetzt, wenn ich auch Bock habe, Indie Comics zu vertreiben, ja einfach, keine Ahnung, den Quibi Shop 2 aufmachen, halte ich persönlich für fragwürdig, ich würde mich da also eher an dich gezielt wenden, und versuche bei dir vielleicht mitzuarbeiten, wenn man da Bock hat, also eher so dieses Zusammen auf einer Plattform finde ich immer irgendwie langfristig sinnvoller, als wenn jeder so ein eigenes Süppchen kocht. Ja, das kann ich auch immer nur wieder betonen, ich bin natürlich, gibt es schon mal irgendwie Animositäten untereinander, weil du das eben auch gefragt hast, ja gibt es denn schon mal böses Blut und den Zeichnen, ja kommt sicher auch mal vor, dass man irgendwie, natürlich kann man sich nicht immer, kann man nicht immer mit jedem einer Meinung sein, das muss er überhaupt nicht, aber wenn man versucht, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen, ist das schon einiges wert und ich kann das nur bekräftigen, also wenn ich dich da unterstützen kann oder auch verlinken oder sowas, ich teile solche Sachen immer total gerne und bin dir natürlich auch sehr dankbar für die Gelegenheit, dich, nee, für die Gelegenheit, hier bei dir sprechen zu dürfen, wollte ich sagen, das wollte ich sagen. Jörg, es war mir auch eine riesengroße Freude, dich heute hier bei uns begrüßen zu dürfen, auch für die Zeit, die du dir genommen hast, ich finde das super cool, dass das hier alles auch so ein fluffiges Gespräch war und ich habe jetzt die, also wirklich, ich habe ganz tief drin, habe ich die Hoffnung, dass das hier von der Aufnahmetechnik alles super funktioniert hat und wir schon zeitnah ein tolles Gespräch veröffentlichen können. In den Showdowns findet ihr, wie gesagt, alle Links, die ihr braucht, um beim Jörg auf der Seite mal vorbeizuschauen und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit Quimbi und wie gesagt, ich gehe felsenfest davon aus, dass wir uns in Erlangen mal persönlich kennenlernen. Ja, das hoffe ich auch sehr. Ich danke dir, lieber Andi. Vielen Dank, ciao. Okay, ciao, bis dann, tschüss.